Diese Flöte ist ungefähr 10.000 Jahre alt. Die wurde in Südungarn gefunden, das Original an der jugoslawischen Grenze. Und die habe ich gebaut, das ist ein Nachbau von einem Buch. Und von einem Schafsknochen habe ich die gebaut, vom vorderen Schienbein. Und diese Flöte, die hat kein Labium, die spiele ich genauso wie die türkische-arabische Ney. Vier Löcher hat die und jetzt spiele ich mal ein ungarisches Volkslied mit dieser Flöte vor. Untertitelung des ZDF, 2020